noch nicht noch jetzt noch mal von aus dem Boden schon kommt die Scharbe ich muss aber schontzen klamotten beispiele 255 50 ich habe habe ich noch nicht aber kann ich gar nicht für man kann nur ein Vieh pro Kampf das ist ja dann egal so ist es gibt es nicht einen habe ich gefangen Bergbaum wohl Schwänzchen ich muss glaube ich mein Küken vor dem tun er cool ist nicht fünf und ist allein immer ich bin ich unerfektiv gegen den und dann der vollen 6 6 das ist ja schon die Schwänzchen 5 von Barke Erbricht mit Standort wieder und die Kunde die Fliegen Nimm ich den Familiar. Hase. Zwei Kaninchen. Bergbaumwoll. Und Kaninchen. Zack. Zack. Das macht ganz schön gut Schaden. Hä? Was war das denn? Nebenaus. Ich switch lieber. Wollte gleich sterben. Attacke. Wow. So der nächste. Kaninchen den hab ich schon. 200. Boah. Krass. Das war jetzt grad heftig. Jetzt waren 14 Schaden. Also es war gekrittet. 141. Genauso viel Leben wie viel der hat. Sehr geil. Bah. Ein Leben überlebt er. Das ist ja voll unfair. Komm. Geh kaputt. Geht doch. Effektiv. Krass. Ihr habt gewonnen. Geilo. So. Die beiden sind jetzt Level ab. Nur noch der Phönix. Sind hier noch irgendwelche? Kaninchen. Das Kleintier. Wie kann ich denn auf die Schnelle gucken? Aquatisch. Mechanisch. Minus. Aber. Da war doch noch was. Der Rasse der Magister bekommt man den. Ach da sind die Angriffe. Minus gegen Kleintiere. Okay. Ja. Positiv Kleintiere. Fliegend. Ah. So geht das. Fliegend. 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 Alles gegen Fliegend. Okay. Ähm. Küken nach vorne. Und dann switche ich einfach ein. Mal. Sie wechseln. Ist egal wen ne. Der hat bisschen mehr Schaden. Zack. Na toll. Macht der da. Ja. Hm. 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 Der Hammer ey. Das hat mich fast platt gemacht ey. Unglaublich. Ihr habt gewonnen ja schon klar. Ähm. Okay. Weiter gehts. Gibt's hier noch was? Die Schabe muss ich noch verraten. Kaninchen, kann ich schon. Da hat's den, da. Nach dem Huhn. Das ist es. Wie zum Essen. Hm. Überstehen. Höck. Du sagst du dich nicht. Mal. in dem verfehlen ist voll doof da schon wieder was ist das beim zweiten treffer trifft es gar nicht macht es gar kein schaden nur beim ersten ist ja sau doof so gegen den bin ich jetzt effektiv aber der macht bestimmt richtig fett schaden ich probiere einen treffer 68 boah heftig switchen auf brand der wirft mit eiern und noch mal und noch mal komm schon ich habe gewonnen so und da hinten sind noch mehr Kaninchen ich habe mich jetzt eigentlich vor ich glaube ich tue den nach vorne bei dem schon wenig Leben kann ich mir das nicht leisten der körper der rastet direkt da voll aus komm schon geh kaputt einfach lass mich nicht drohen geh doch sieg drei komm schon breit ich weiß von 120 krass doch bussard külp okay wie viel fliegend ich muss mich einmal Prozent fliegend 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 ja kann ich auch mit dem Küken machen geht es sogar weiter perfekt kritische Treffer schon fünf Prozent erhöht okay wenn ich sterben und fangen die nur 40 XP München Bussner Busserding zu zweit mit einem Hasen 415 Leben 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 7 11 11 12 12 12 13 12 10 6 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 die sich von was das Brot kam gerade ich glaube ich auch noch nicht kurz gucken und hat er muss ja so die Städte hier ist die Rotkammer hatte im Köln die wollen wir fangen ein Treffer und dann boah perfekt Falle werfen Boke Ball Los Boke Ball zack sauber Glauben ist die Rotkamera dazu als Gegner aber ich greife den Booster dran ich bin ich bin die 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 da Busser Küken wieder 4 ganz einzeln er macht den Schade, dass die hier nicht die XP noch einblenden. Wäre auch gut. So, hier switche ich mal. Der hat sogar am meisten XP, mein Drachling. Zack. Okay. Platt. So eine Kacke. Okay, wenn ihr diese Skills beherrschen, dann ist das Kacke, ey. Komm, geh kaputt. Mann, ey. Gut doch. Ihr habt gewonnen. Ja, okay. Ähm, nehmen wir den rüber. Ja, Mann, da hinten. Bussert, 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 Bussert. Ja, ich glaube, in den Kämpfern doch direkt. Das ist bei mir alles effektiv. Das ist gut. Da ist die Schabe. Cool. Verfehlt. Ja, da ist auch verfehlt. Na, komm. Effektiv. 22 Schaden. So, die. Da gucken wir nochmal nach vorher. Schade. Haben wir noch nicht. Ähm, ja. Greifen wir einfach an. Ach, ja. 89, der hat 105. Jo, perfekt. 20 Leben. Falle werfen. Zack. Sauber. sie mussten machen wir alles kaputt jetzt Das ist doch doof, wenn man ständig verfehlt. 111. 126 B. So langsam müsste doch ... Bussett, Bussett, Bussett. Bussett, Bussett. Bussett. ein den Kreis an hier und allein das ist der Lieblingsland also will sie nur die und dann die ich ging die Christ und da kämpfen zu bekommen das sind für eine gewesen perfekt ist auch was ist denn das da? Ach so, das ist ein NPC. Ach, ein Spieler. Ein Hase. Begleiter von Hase. Wo ist das Kügen? Ih, der braucht nur noch ein bisschen. Dabei, ich glaube, noch ein Kampf wird schwierig. Level 5 ist der auch noch. Switch mal. Zur Sicherheit. Sag ich doch, jetzt kommt noch ein Ding ins. Hase, was für Hase, was für Hase. Ich bin schon müde. Ich habe schon 10 vor 2. Ich bin schon mal. Danke. Vielen Dank.